Hier gibt es den Keller. Hört sich aber spannender an als es da unten ist, das ist einfach gar nichts weiter. Prepper Keller hier. Na ich kann dir, ein Vierfach kann ich dir geben noch. Ich hab ein Dreier. Also ich hab sie auf die Treppe gelegt. Hast du bester Helm soweit oder brauchst du noch was? Ja. Beides Zweier. Also entweder wir gehen hoch oder wir looten noch. Mir ist das Rain. Also von mir aus können wir, ich hab alles. Keinen großen Heal aber brauchen wir ja potenziell nicht. Ich hab mal die ganze Zeit hoch geguckt aber ich hab also keine Ahnung. Ich hab doch keinen gesehen. Ich weiß nicht was die machen. Hier ist einer drin. Äh ok, nice. Scheiße da ranzukommen. Der andere ist jetzt von, also der andere ist auch da rangegangen jetzt gerade von unten rein, unten links ist der rein. Jetzt da, der lootet da. War der oben der andere ja ne? Der war oben ja. Müssen die eigentlich beide da sein. Der kam von deiner Seite aus. Also eigentlich müssten die rechts rum looten aber hier ist auch offen. Ich verstehe nicht wie die looten. Bei mir? Hab ich nicht gesehen. Der läuft zur Halle quasi. Zur großen Lagerhalle bei mir. Und der andere auch. Sind beide bei mir? Oh ne. Oh wow. Warte ich mach jetzt keinen Abgang oder? Wow. Das war ein Clown. Fuck. Der hat die Reifen voll. von der anderen Karte zerschossen. Jaja. Jaja. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay dann. Was, was, haffen die das wir an der Zone sterben dann oder was? Ich, ich weiß es nicht. Ist halt Abfuck so ne. Ich meine ist okay so. Ist es okay so. Ist es okay. Dass die das machen so. Ist. So, so ein bisschen feiere ich das so. Weil sie haben halt Spaß dran. Sie sind hochmotiviert und so. Aber trotzdem. Naja. Ich würde michitor Nummer videos machen. Also mit Krisernrama machen sag. Miscelljewis.